Hallo Elite, willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr da seid. Ich bin jetzt eigentlich gerade dabei, zur Gamescom aufzubrechen. Dieses Video wird aber wahrscheinlich am Sonntag rauskommen. Und eigentlich wollte ich gar nichts mehr aufnehmen und so weiter. Das letzte Video Fortnite-Legenden. Aber dieser Clip hat mich einfach so inspiriert. Ich habe Gänsehaut bekommen als Fortnite-Fan. Und hiermit würde ich sagen, viel Spaß mit diesem heftigen Clip. Alter, holy shit. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch der Clip gefallen hat, ihr wisst was zu tun ist. Kuss aufs Auge. So, Abfahrt mit dem Clip. Der Clip heißt This Fortnite Clip. Will have one million views. Und Abfahrt. Also, die haben in Paradise Palms gefightet. Sieht nicht gut mit der Zone aus. Mit den Verbänden. Verbände nochmal gefunden. Und sein Maid schon down gegangen. An der Zone. Holt ihn jetzt wieder. Das Ding ist, sobald er ihn wieder hochgeholt hat. Wird er auch sofort sterben. Das heißt, sein Maid muss ihn wieder hochholen. Ich möchte auch eventuell so ein neues Fortnite-Format machen. Wo ihr mir einfach eure krassesten Clips, krassesten Runden, einfach so Momente, wo du Gänsehaut bekommst. Sowas möchte ich, dass ihr mir das schickt. Ihr könnt mich überall anschreiben. Instagram, Twitter. Den ganzen Spaß. In die Kommentare. Und wir gucken uns das dann zusammen eure Fortnite-Geschichte, eure Fortnite-Runde an. Wenn ihr meint, sowas wie da passiert nicht jede Runde. So, ist jetzt hier auf dem Weg Richtung Dusty. Fliegt vorbei. So, jetzt ist er hier in Dusty. Sein Maid ist wieder down gegangen. Und sobald er ihn hochgeholt hat, geht er auch direkt down. So, jetzt hat er ihn wieder hochgeholt. Jetzt müssen sie wieder laufen. Ein Stück. Aber es ist noch... Oh, jetzt fällt er auch noch runter. Aber es ist tatsächlich noch wirklich ein ganzes Stück. Nehmt er noch einen Apfel. Nehmt noch den zweiten Apfel. Verbände hat der andere schon gedroppt. Hat komplett die Hoffnung schon aufgegeben. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass einer von euch das Bein in die Zone schafft? Ich nicht. Kannst du mir nicht vorstellen. Guckt einfach jetzt, was passiert. Es ist einfach episch. Sponsor video, bitch. I'm so close. Is this song a WRL? I can make it without healing. Bottle Brothers, man. You don't be fast. Yeah. Yeah. Let's go. He made it. Sparty! Go, Sparty. Go, you got it. You got it, sonny. You got it, you got it. You got it, you got it. You got it. You got it. So heftig. Mit einem HP. Dinger, was? Gänsehaut Ich feier Fortnite einfach so krass für solche Momente Ich feier Fortnite einfach für solche Momente Das ist zu krass So geil So Also Aufforderung Jetzt an euch Falls ihr ähnliche Clips habt Falls ihr Runden habt wo ihr sagt Ey das muss Angeguckt werden von vielen Leuten Weil es einfach zu krass ist Schreibt mir auf Insta Schreibt mir auf Twitter Schreibt mir in die Kommentare Wie euch einfach diese Story hier grad gefallen hat Ich fand es war wirklich ein mega Clip Und ich hab Bock mir mehr davon anzugucken Und Wird jetzt auch nicht mehr lange dauern Dann gibt es endlich mal wieder einen Stream Denn Gamescom ist jetzt vorbei Und Dann würde ich sagen Wir sehen uns Kuss Aufs Auge Aufs Auge Lens Trete Töne 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 Töne